Da ist aber eine Stereo-Gitarre jetzt drauf, oder? Das ist jetzt ein Stereo-Modell von Yamaha. Ist die aber schon fett? Die hat schon einen Fett-Buddle, ist schon drin. Ja. Aaaaaaah! Ha! Danke schon, Bruder, wieso du nicht gut bist? Ja, aber vielleicht kommt noch ein Overdump. Weißt du, du bist ein Adventure! Weißt du? Ja, du bist ein Adventure! Wir können dann unterhalten. Ich dachte, du klingst da aus. Kannst du dann zum nächsten Drum Take? Nee, da kommt halt die nächste Gitarre, warum kling ich da aus? Weiß ich nicht, ja. Dachte ich jetzt, aber ist doch egal. Zum nächsten Drum Take. Ja, eigentlich schon. Einzähler mitten da hinten ist so gut. Der ist cool, der muss doch nicht unterhalten. Drei... 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 Wenn man ein Stück heißt, Parkplatz, 11 Uhr 4 bis 11 Uhr 5. Untertitelung des ZDF, 2020